Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ganze vier Wochen ist es her, dass das letzte Update zu den veröffentlichten Deals von mir herausgekommen ist. Heute schauen wir uns die ganze Palette an von den letzten vier Wochen, was wir an Deals hatten, wie sich die Preise entwickelt haben, konnte man mit den Deals Gewinn machen oder nicht. Das Ganze in diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Viel Spaß bei diesem Video. Ja Freunde, wie vorab angekündigt, ganze vier Wochen ist es her, dass ich das letzte Video zu der Preisentwicklung der veröffentlichten Deals, die ich für euch bereitstelle, gemacht habe. Heute machen wir das Ganze alles komplett. Es kam ein bisschen zu kurz wegen dem Vorweihnachtsgeschäft. Man muss die Vorbereitung dafür machen. Dementsprechend habe ich das nicht geschafft. Falls euch diese Videos dennoch gefallen und ihr mehr davon sehen möchtet, dann gib dem Video ordentlich einen Daumen hoch. Das motiviert mich, viele weitere solche Videos zu machen und ich weiß, dass euch dieser Content, dieses Format gefällt. Falls du auch neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Videos wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay, das Reselling, Selbstständigkeit oder auch Steuern, dann abonnier doch gerne diesen Kanal. Drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und wir stehen kurz davor, vor dem Black Friday, am 26. November ist es soweit. Da wird es Deals hageln, sage ich euch. Es wird sehr, sehr viele Aktionen, Preisaktionen geben von verschiedenen Portalen, von verschiedenen Marktplätzen, aber auch Online-Shops, wo wir definitiv Schnäppchen bekommen können, die wir profitabel im Weihnachtsgeschäft dann im Dezember noch weiterverkaufen können. Deshalb, falls du das Ganze nicht verpassen möchtest, findest du alle Informationen unten, wie du dich für den Newsletter per WhatsApp eintragen kannst. Das Ganze kostenlos und unverbindlich natürlich. Also, wir schauen uns jetzt die ganzen Deals an. Ich werde das vieles sehr schnell abarbeiten. Also, wir werden nicht ins Detail bei den Sachen und Produkten gehen. Dementsprechend schauen wir uns an, wie sich einfach die Preise entwickelt haben, welche Gewinne man damit machen konnte, beziehungsweise jetzt noch dementsprechend machen kann. Und dann lasst uns einfach mal direkt beginnen. Und ihr seht hier schon von Playmobil das erste Produkt. Habe ich am 25.10. für euch veröffentlicht und für einen Aktionspreis von 11,90 Euro. 11,90 Euro. Ich kann euch das auch beweisen. Wir sehen hier in der Grafik, wie sich die Preise in der Vergangenheit entwickelt haben. Falls du nicht weißt, welches Tool ich hier nutze, ich werde es dir mal hier oben einblenden. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Das ist Keeper. Mit diesem Tool kannst du, wie gesagt, den Preis in der Vergangenheit verfolgen, wie sich dieser entwickelt hat. Ja, und wir sehen hier, wir hatten mehrmals die Möglichkeit, das Ganze für 11,99 Euro oder für 11,90 Euro zuzuschlagen. Und dementsprechend ist der Preis jetzt wieder bei 25 Euro. Und das war auch so meine Einschätzung. Gewinn, realistischer Gewinn möglich gewesen und jetzt immer noch möglich für 5 bis 10 Euro dementsprechend Gewinn zu machen. So, direkt zum nächsten Produkt. Wir haben hier ein Faber Castell, hier Bleistift Set. Und das Ganze gab es hier zu einem Angebot von, wir sehen es hier, da waren diese Ausschläge nach unten. 24,20 Euro, genau so habe ich das auch für euch veröffentlicht. Wobei ich hier dann von einem Verkaufspreis von ab 50 Euro ausgegangen bin. Der Preis liegt gerade bei Amazon bei 39,80 Euro. Und ja, es ist nicht ganz der erwünschte Preis, aber dennoch kann man hier eventuell 10 Euro Reseller Gewinn haben. Gucken wir direkt das nächste Produkt an. Dieses Mikrofon habe ich schon öfters mal zur Verfügung gestellt, also den Deal habe ich schon öfters gepostet. Und das Ganze konnte man hier für 99 Euro erwerben. Klingt viel, aber wenn wir uns mal anschauen, ja, hier ist das 99 Euro. Wenn wir uns mal anschauen, dass der jetzt bei, ja, lass mich mal aufklappen. Wir sehen hier die Verkäufer nur, wenn wir es aufklappen. Ja, bei über 150 Euro liegt und zwar bei Amazon, die es auch nicht liefern können. Wobei doch, die liefern es ab dem 2. Dezember. Ist das ein guter Preis, der auch recht gut ist. Also 20 Euro Reseller Gewinn möglich gewesen. Schauen wir uns mal direkt das nächste Produkt an. Und zwar ist das hier Amazfit, eine Smartwatch. Wir sehen hier, der Preis war recht stabil, immer bei 100 Euro und so weiter. Ich selber habe dieses Produkt auch schon in der Vergangenheit verkauft. Deshalb bin ich davon sehr ausgegangen, dass dieses Produkt auch, ja, den Preis wieder steigen wird. Aber es hält sich immer noch bei 49,99 Euro. Vielleicht noch eine Gelegenheit zuzuschlagen. Wobei ich hier vorsichtig sein würde. Wir können uns das Ganze einfach mal bei Ebay anschauen. Wir müssen ja nicht immer bei Amazon verkaufen, sondern bei Ebay. Und wir sehen, bei Ebay wird das Ganze hier ab 80 Euro verkauft. Aber teilweise auch 90, 99 Euro. Und deshalb rein theoretisch ein gutes Geschäft, wenn man das Ganze hier auf Ebay verkauft. Ja, also dieses Produkt ist noch aktiv. Dementsprechend kann das hier, wie gesagt, noch probiert werden, das Ganze zu kaufen und wieder zu verkaufen. Also zu flippen. Und möglicher Reseller gewinnt circa 30 Euro, wenn man das Ganze für 90 oder für 100 Euro verkaufen kann. Deshalb eine Überlegung wert. Muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. So, dann des Weiteren so ein Bosch Winkelschleifer. Und den gab es für 36,49 Euro. Ja, 36,49 Euro habe ich genauso auch veröffentlicht. Dieser ist natürlich auch frei verkäuflich bei Amazon. 50 Euro. Ab 50 Euro Verkauf habe ich angesetzt. Wir sind hier bei 48 Euro. Möglicher Resellergewinn ungefähr 10 Euro. Also auch rein theoretisch nicht schlecht, denn solche Geräte verkaufen sich recht gut. Wenn man das Ganze bei Ebay Kleinanzeigen vielleicht noch einstellt, vielleicht da könnte man das Ganze sogar noch ein bisschen mehr Gewinn rausholen. So, dann von Biesel so ein Handstaubsauger. Ihr seht es hier. Recht effektives Ding soll es wohl sein. Also hat auch gut Bewertungen, wobei überwiegend natürlich auch positive Bewertungen. Gab es hier für 59,99 Euro, habe ich genauso auch für euch veröffentlicht und zur Verfügung gestellt. Verkauft sich jetzt für 95 Euro. Wir können auch das Ganze einfach mal bei Ebay anschauen. Ja, ihr seht es direkt hier in der Übersicht. 93 Euro. Und ja, wir sehen es hier. Über 90 Euro. Teilweise sogar hier über 100 Euro. Und möglicher Resellergewinn hier angesetzt von mir 10 bis 15 Euro. Wenn man natürlich für diesen Preis das Ganze erworben hat, dann hat man hier definitiv einiges, wenn man bei 100 Euro auch verkauft. Kommen wir direkt zum nächsten Produkt. Und zwar hier Brüder Mannesmann. Und dieses Set gab es für 35,96 Euro. Ja, gibt es immer noch. Es ist preislich immer noch weit stabil. Wobei hier, da habe ich es veröffentlicht. Es war am 08.11. genau hier. Und dann ist er kurz wieder auf 47,90 Euro gesprungen. Und jetzt ist er wieder bei 35,96 Euro. Muss man natürlich schauen. Also wenn man es für circa 50 Euro aufwärts verkaufen kann, ist ein Resellergewinn von 10 Euro möglich. Aber Stand jetzt ist natürlich möglich, da wieder zuzuschlagen. Wir sehen es hier. 57 wäre der nächste Verkäufer. Und kurz mal verglichen bei Ebay. Dann sehen wir es hier. Wir haben teilweise hier auch über 60 Euro. Gut hier 45 Euro. Muss man dementsprechend schauen. So. Dann des Weiteren. Nächster Deal. Und zwar so ein Pixini Kinderwagen. Den gab es wirklich zu einem unfassbaren Preis. Wir haben hier wieder eine Treppenstufenartige Bildung nach unten gehabt. Bis 101 Euro. Bei 200 Euro. Die Bewertungen sind gut. Rein theoretisch. So ein Wagen. Ja. Verkauft man nicht unbedingt über Amazon oder Ebay. Weil es halt natürlich auch Gewicht und Größe hat. Sowas kann man definitiv bei Ebay Kleinanzeigen einstellen. Und dementsprechend dann durch eine Abholung verkaufen. Ja. Mein möglicher Reseller Gewinn angesetzt war hier bei ca. 30 Euro. Hat man hier natürlich noch weniger bezahlt. Und zwar für 101 Euro. Dann wäre der sogar ein bisschen höher. So. Das nächste Produkt. Hier ging es hier um Amazon Frankreich. Wir sehen es hier. Das Ganze habe ich für 34,15 Euro inklusive Versandkosten veröffentlicht. Man muss dazu sagen, der Preis ist immer noch gleich. Also. Wann habe ich das Ganze bereitgestellt? Am Freitag letzte Woche. Und der Preis ist immer noch weiterhin stabil. Aber wenn ihr das mal anschaut, wie der Preis sonst gewesen ist. 67,30 Euro. Und hier hat er natürlich ein bisschen hin und her gesprungen. Dann muss man sagen, ist hier die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Dass der Preis sich auch wieder nach oben korrigiert. Und den normalen Preis wieder annimmt. So. Und wir gucken einfach mal bei Ebay, wie sich das Ganze hier verkauft. Wobei. Ich sehe hier gerade Ebay haben wir nicht die Möglichkeit hier reinzuschauen. Deshalb könnt ihr einfach mal selber abchecken. Modellnummer und so weiter. Habt ihr gesehen. So. Kommen wir zum nächsten Produkt. Bose. So ein Soundlink Mini Bluetooth Lautsprecher 2. In Grau gab es den wieder für einen sehr guten Preis. Normaler Preis hier. 289. Sehe ich sogar. Und Bams war ja bei 104,99 Euro. Genau so habe ich das auch veröffentlicht hier in WhatsApp für euch. Möglicher Resellergewinn habe ich hier angegeben ab 170 Euro. Dementsprechend 30 bis 40 Euro Gewinn möglich. Und das ist definitiv richtig gewesen. Also wer hier zugeschlagen hat, hat alles richtig gemacht. Ihr seht es hier. Wir haben jetzt das Ganze hier gebraucht ab 174. Und wenn wir uns mal anschauen, neu 289. Also da sind realistische Gewinne möglich, die sogar teilweise über 100 Euro gehen können. Wie das Ganze hier bei eBay verkauft wird, können wir uns auch kurz schnell mal anschauen. Und zwar, ja, okay. Das sind genau die Reseller jetzt, die zugeschlagen haben für 136 Euro. Wobei das ziemlich niedrig angesetzt ist. Ihr seht, das neues Angebot. Also er hat es quasi jetzt eingestellt. Und wir können auch hier weitere Verkäufer sehen. Viele verkaufen sich unter dem Marktwert. Also dementsprechend werden die schnell verkauft sein. Und die Leute, die ein bisschen preislich das halten können bei 170, 180, die werden das definitiv auch im Weihnachtsgeschäft verkaufen können. So, kommen wir zum nächsten Set. Und zwar ist das so ein Messerblock von Zwilling. Gab es für 89,99. Wir können es nochmal sehen. Hier 89,99 schon vorher. Dann gab es hier immer wieder Ausschläge dazu. Und jetzt sind wir bei 139, 140 Euro. Ja, genau so habe ich das auch angesetzt. Möglicher Resellergewinn. Dementsprechend hier ungefähr 20 Euro möglicher Resellergewinn. So, WMF Schnellkochtopf. So ein zweier Set ist das. Für, gab es für, für, wie viel habe ich das hier veröffentlicht? Für 119,95 Euro. Ihr seht es auch hier. Neu 119, genau. 95 und jetzt ist er wieder bei 196 Euro. Also, genau so wie ich das auch prophezeit habe, 20 bis 30 Euro möglicher Resellergewinn. Also ihr seht, diese Deals sind erst von letzter Woche und sind schon sehr schnell wieder nach oben gegangen, weil es halt super Produkte sind und dementsprechend die Preise auch dafür steigen. So, schauen wir uns mal das nächste Produkt an. Und das ist so ein Ravensburger Gravy Trucks, ja, so ein Bauset, womit man so eine Kugelbahn erstellen kann. Habe ich so noch nie ausprobiert, aber sieht sehr interessant aus. Definitiv war das hier ein Schnäppchen, ist es tatsächlich auch noch, ja. Also für 150 Euro bekommt ihr das Ganze hier inklusive Versandkosten. Wenn ihr das Ganze umsatzsteuerfrei einkauft, weil es handelt sich hier um Amazon Frankreich auch, dann müsst ihr eure Umsatzsteuer-ID hinterlegen. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, um umsatzsteuerfrei auf anderen Marktplätzen im EU-Ausland einkaufen zu können, habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Verlinke ich euch auch unten oder auch oben. Möglicher Reseller-Gewinn 30 bis 40 Euro. Okay, kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar Kaffee-Kapsel-Maschine. Gab es wirklich für einen Megapreis. Ihr seht es hier für 49,99. Also echt bombastischer Preis. War auch super schnell weg. Ich habe es, wie gesagt, zu dem Deal hier direkt veröffentlicht. Und ja, war direkt weg. 130 Euro jetzt preislich bei Ebay. Schauen wir uns auch gerne an. Auch 120 Euro. Also rein theoretisch 50 Euro Reseller-Gewinn. Mega. Also 100% Gewinn. So, kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar eine Smartwatch. Ihr seht es hier für 69 Euro. Genau so habe ich es auch bereitgestellt. Ihr seht es hier. Es ist erst vom Freitag letzter Woche. Also recht frisch noch. Dementsprechend ist das hier noch preislich genauso, wie es war. Ja, falls du hier noch zuschlagen möchtest, kannst du gerne auch der Gruppe beitreten. Und dann werde ich dir diesen Deal zur Verfügung stellen. Und dementsprechend kannst du dann auch hier zuschlagen. Super Produkt. Warum? Wir haben hier super viele Bewertungen. Über 4000 Bewertungen. Positiv. Und bei Ebay können wir uns ganz mal schnell anschauen, wie wird das verkauft. Gar nicht nämlich, ja. Also es hat keinen Treffer. Zumindest nicht mit der ERN-Nummer. Kommen wir zum nächsten Produkt. Auch so eine Smartwatch. Die 89,99. Auch die ist preislich immer noch so, wie sie war. Wie ich es auch veröffentlicht habe. Möglicher Reseller-Gewinn bei dieser Smartwatch wäre ungefähr 20 Euro. Muss man für sich einschätzen, ob man das machen möchte oder nicht. Jedoch, ihr seht es hier, die nächsten Preise sind hier bei 137 Euro und mehr. Und kommen wir zum letzten Produkt, was ich hier zur Verfügung gestellt habe letzte Woche. Und zwar auch von Bose. Und was haben wir hier gehabt? 154,99. Tatsächlich immer noch für diesen Preis zu haben. Klingt sehr viel. Bose-Produkte sind sehr qualitativ. Und dementsprechend sind die natürlich preislich auf anderen Portalen dementsprechend auch höher. Ihr seht es hier, ab 200 Euro. Ja, okay. Manche verkaufen es gebraucht. Hier 250 Euro sogar. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann sehen wir, das verkauft sich ja auch gut. Ja, sieben Stück schon verkauft. Dementsprechend eigentlich ein super Produkt. Möglicher Reseller-Gewinn hier wäre 20 bis 40 Euro sogar. Je nachdem, wie der Preis gerade auf dem Markt ist. So, das waren diese Deals. Super viele Deals. Ihr habt es gesehen. Wenn du auch solche Deals haben möchtest, dann findest du die Beschreibung unten, wie du dafür dich anmelden kannst. Und das Ganze, wie gesagt, kostenlos und unverbindlich per WhatsApp direkt auf dein Handy von mir zugeschickt. Falls du neu auf diesem Kanal bist und diesen Kanal noch nicht abonniert hast und mehr von solchen Videos und allgemein, was um das Thema Verkaufen und Kaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay sich handelt, interessiert dich, dann abonniere doch gerne diesen Kanal. Drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und gib dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das motiviert mich, viele Videos für dich zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Alles Gute. Viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen.